Wunderbar. Und es geht schon wieder los. Investigativer Journalismus. Wenn wir schon so öffentlich werden, ich will natürlich hintergangen. Ein kritischer Blick hinter die Kulissen. Multikulti-Vielfalt. Ein bisschen Poesie. Und die einzige Frage, der wir alle nachgehen. Wer bin ich? Das und vieles mehr. Das. Alex King. Alle anderen und vieles mehr seht ihr. Wenn's wieder heißt. Monday is Fun Day. I'm watching the FC Bayern Basketball Magazine, because I like to see myself. That's all it is.